SIDERIA Raffiniert, funktionell, modern und professionell macht SIDERIA die Praxis zu einem angenehmen, eleganten Arbeitsplatz. Der weiße Rahmen mit verchromten Metallfinish unterstreicht einen modernen und professionellen Stil. SIDERIA ist die Deckenleuchte mit multidirektionalem Licht, die der Praxis eine gleichmäßige und proportionierte Beleuchtung verleiht und Schattenzonen verhindert. Dieses Lichtsystem reflektiert die direkte und indirekte Beleuchtung über die Seitenwände zu einer gleichmäßigen Ausleuchtung. Durch die doppelte LED-Beleuchtung mit unterschiedlichen Farbtemperaturen sorgt die Deckenlampe SIDERIA am Arbeitsplatz für warmes und kaltes Licht. Dank der verschiedenen Farbtemperaturen bietet SIDERIA Ihnen die Möglichkeit, optimale Lichtverhältnisse zu schaffen. Der Komfortmodus bietet eine entspannte Wohlfühlatmosphäre für Patienten und Behandler. Während der Chirurgiemodus besonders die Konzentrationsfähigkeit und Leistung steigert und eine leistungsfähige und energetisch aktive Umwelt schafft. Die Beleuchtungsregulierung über die Fernbedienung oder die APP ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung je nach den Lichtverhältnissen der Praxis und an die Bedürfnisse des jeweiligen Behandlers anzupassen. Mit SIDERIA ist der visuelle Komfort der Patienten und Behandler durch einen unter 10 liegenden UGR-Index garantiert. SIDERIA – die perfekte Synthese von Leistung und exzellentem Sehkomfort. Die SIDERIA Deckenlampe ist unter anderem konzipiert worden, um mit der Dentallampe ALIA und dem präoperativen Licht TEA-TEC zu interagieren. Die drei Lichtquellen können synchron miteinander arbeiten und schaffen gemeinsam die richtige Lichtbalance. SIDERIA – die Augen anzupassen sind die Oberfläche der AnNote, dieronics festgelegt worden baixo. Die überprüfe des Risiken, die Oberfläche der Katastrophen desака, die Konzentrations-Kindelungen sind die Oberfläche. Die Oberfläche der Katastrophen des Staates, die Oberfläche von der Herzen.